8 Millionen Euro aus Maskendeal in Südafrika versickert Das klingt ebenso seltsam wie viele andere Facetten der fragwürdigen Deals rund um die CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein. Die Hintergründe beschäftigen nun den Bayerischen Landtag. Eine Firma aus Südafrika, die bei einem Maskendeal 8 Millionen Euro kassiert und hinter der zwei Geschäftsleute mit deutsch klingenden Namen stehen, das hört sich schon ziemlich merkwürdig an. Noch dazu, wenn es um den Verkauf von Schutzmasken an die Gesundheitsministerien in Bayern und im Bund geht. Die Generalstaatsanwaltschaft München und das Landeskriminalamt fanden das jedenfalls merkwürdig genug, um mit einer Razzia dem Verdachten nachzugehen, hier sei kriminell agiert worden. Und um in der Affäre rund um die beiden Abgeordneten und langjährigen CSU-Politiker Georg Nüßlein und Alfred Sauter nun gegen weitere Verdächtigte zu ermitteln. Auch wenn diese 8 Millionen Euro nach dem derzeitigen Stand der Dinge nichts mit Sauter und Nüßlein zu tun haben. Das Geld hat jenes Unternehmen aus Hessen gezahlt, das im Frühjahr 2020 etwa 15 Millionen Masken in China besorgt und mit Unterstützung auch der CSU-Politiker für gut 60 Millionen Euro an staatliche Abnehmer verkauft hatte. Dabei verdiente nicht nur eine Gruppe um Nüßlein und Sauter kräftig mit, sondern auch die Firma aus Südafrika. Sie kassierte die 8 Millionen Euro als Maklerprovision für Vermittlerdienste in China. Als die Ermittler davon erfuhren, gab es eine Razzia bei der hessischen Firma und weiteren Beteiligten. Und neben der fünfköpfigen Gruppe um Nüßlein und Sauter, die unter Korruptionsverdacht steht, haben nun drei Geschäftsleute Ärger, die am Südafrika-Deal beteiligt waren. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Veruntreuung von 8 Millionen Euro bzw. Beihilfe hierzu ermittelt. Es gibt offenbar wenig, was nicht fragwürdig ist an diesen Deals. Von den mit den staatlichen Abnehmern vereinbarten gut 60 Millionen Euro für die Masken sollten insgesamt rund 20 Millionen für Provisionen und Vermittlerdienste abgezweigt werden. Was hier und bei Beschaffungen insgesamt genau geschah, wollen jetzt Grüne, SPD und FDP im Landtag wissen. Die drei Oppositionsfraktionen setzten gemeinsam einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ein. Am Freitag präsentierten sie ihren Fragenkatalog dafür. Eines von neun Kapiteln darin, der Abschnitt 4, ist der Affäre um Nüßlein und Sauter gewidmet. Um die Rolle der beiden geht es dabei ebenso wie um das Verhalten des damals noch von Melanie Hummel geleiteten Gesundheitsministeriums. Die Opposition fragt zudem etwa nach der Qualität der gelieferten Masken und nach dem Stand der Ermittlungen bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Die Strafverfolger vermuten, Nüßlein und Sauter hätten ihren Einfluss als Abgeordnete im Bund und Land geltend gemacht, um die Maskendeals zustande zu bringen. Die drei Oppositionsfraktionen glauben das auch. Die hohen Honorare, die Nüßlein und Sauter kassierten bzw. kassieren sollten, wären demnach Schmiergeld gewesen. Sie hätten sich der Bestechlichkeit als Abgeordnete schuldig gemacht, sollten die Vorwürfe zutreffen. Beide weisen das zurück. Sie sagen seit Monaten, es sei alles legal gewesen. Die Justiz muss entscheiden, welche Sichtweise zutrifft. Der geplante Untersuchungsausschuss soll zudem Geschäfte der Staatsregierung aus der weiteren Vergangenheit beleuchten. Laut Fragenkatalog sollen Verträge der Ministerien oder nachgeordneter Behörden seit 2010 untersucht werden, an denen Abgeordnete beteiligt waren. Die Fraktionen wollen so erkennen, ob es Provisionszahlungen an Politiker gab. In der Affäre würden von der Regierung bei Weitem nicht alle Fragen beantwortet, erklärten die Vertreter der drei Fraktionen Florian Siegmann von den Grünen, Markus Rinderspracher von der SPD und Helmut Kaltenhauser von der FDP. Der offizielle Antrag für den Ausschuss soll erst nach der Bundestagswahl eingereicht werden. Zu Jahresbeginn 2022 könnte dann wohl die konstituierende Sitzung stattfinden. Zitat Das sagte Rinderspracher. Siegmann kündigte an, Für die Staatsregierung äußerte sich am Donnerstag das Gesundheitsministerium. Den Ausschuss erachte man nicht für geboten, sagte ein Sprecher. Der Landtag sei bereits umfangreich über die Beschaffung von Schutzausrüstung informiert worden. Es habe eine strukturierte Aufbereitung der zahlreichen Beschaffungsvorgänge gegeben, die Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU dem Landtag vorgestellt habe. Auch habe man allein dieses Jahr mehr als 40 Anfragen der Opposition sorgfältig beantwortet. Selbstverständlich werde man aber an der Beantwortung noch offener Fragen einzelner Parlamentarier aktiv mitwirken. Die CSU-Fraktion plädierte für eine schnelle und faire Aufklärung. Man wolle jedoch kein wahltaktisches Schauspiel. Wir bleiben dran. Wenn dir dieser Videobeitrag gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch von dir. So hilfst du, den YouTube-Algorithmus zu triggern und die Reichweite des Videos zu erhöhen, damit es noch mehr Menschen sehen können. Ich veröffentliche täglich Videos über Wirtschaft, Politik und mehr. Über dein Abonnement mit Glocke freue ich mich, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald, dein Mentor.